Katz, 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 Klack, Motherfucker, Uwe, Shit, Holy Shit, Piep, Piep, gut, da fällt eiskalt der Baum um und so sehen wir wie der Luna sein, oh was, ich hab gerade gecutt, hallo, hallo, video synchronisiert, wiss, ok. Ja, moin meine Freunde, ApoBlue ist hier am Start mit dem guten alten Lunatic XL und rate mal was wir heute spielen, ApoRest, in Peace quasi, hallo Lunatic. Ja, einmal nochmal herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, Forrest, mit mir, Lunatic XL und CoverAeron. Was, ApoBlue? Der so immer noch aussieht wie ein Mongo-Jungs und Mädels, es wird sich nicht ändern. Das sagt der Mongo hier, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Gut, lange haben wir diese Aufnahmesession hervorgesehen, ja. Ja, also für uns ist jetzt eine neue Aufnahmesession, für die Sie es nicht wissen, aber es geht natürlich weiter wie immer, auch wenn wir erstmal wieder reinkommen müssen. Ja, aber wir schaffen das schon, wir sind Pros. Wow! Gut, ähm, das Problem bei uns der Zeit in der Aufnahme ist, wir müssen schnell was zum Trinken finden, ansonsten sind wir gleich tot. Also da unten war ein See, also ein kleiner Teich, aber ich konnte hier nichts trinken. Gut. Äh, das kannst du ja vielleicht auch nochmal testen, das geht nicht. Oh, oh, schön, Wasser trinken, oh, oh. Warum geht denn das bei dir und bei mir nicht? Ah, hier geht's. Ja, natürlich, der Wasser, äh, der Wasserfinder, Lunatics wird immer wieder am Start. Er kennt sich aus hier mit den Einheimischen. Sauber ist es aber auch nicht. Na, was, sauber oder nicht sauber, das ist das Ende des. Das ist hier die Frage, sauber oder nicht? Oh, ich hätte vielleicht den Counter starten sollen. Okay, jetzt ist er am Laufen. Oh, was war das denn gerade, oh. Gut. Da habe ich gerade einen Kutschen, äh. Okay. Die Dingsgap, ich habe irgendwie, okay, alles klar, ich bin da. Er ist von am Spasten. Ich bin von am Spasten. Äh, kurz, kurz zur Info, für die Leute, die es nicht wissen, äh, hast du das? Du Schwein. Hab ich gerade geschlagen? Ja, ja. Äh, kurz zur Info, für die Leute, die es nicht wissen, The Forest hatte in der Zeit ein Update. Und es, äh, waren natürlich ein paar Bugfixes dabei, aber es wurde auch ein neues Item hinzugefügt, und zwar der Reparierhammer. Ich habe gerade geguckt, wie man den craftet, das können wir ja gleich mal machen. Und zwar war es ja vorher so, das haben wir in den alten Folgen gesehen, dass man mit E reparieren konnte einfach. Und jetzt braucht man halt diesen Hammer. Das ist nicht voll. So, und, äh, wenn wir wieder zu Hause bei uns sind, wir sind ja gerade noch auf Expedition. Das ist eigentlich nie wie das nicht gerade, okay. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, werden wir das mal austesten. Sollen wir das Shelter hier kaputt hauen? Weil sonst haben wir überall so Haus-Symbole. Ja, klar, ist gut. Okay. Ist gut. Später hat man überall Häuser, also wenn man mal Spaziergang geht, ne? Ist ja nicht ziemlich gut. Ah, okay, wenn du das sagst, dann stimmt das schon. So, ich habe, äh, ziemlich viel Hunger, so am Rande. Ja, ich, ich eigentlich gar nicht. Ich bin quasi voll gefressen. Gut, dann müssen wir mal kurz mir ein Feuerchen machen, hier mit ein paar Blättchen. Ah, ich helfe dir mal aus. Ich habe mal ein bisschen was. Guck, ich kriege mir eine Stöcke hier ran. Ah, den habe ich nicht. Genau der, genau der fehlt natürlich. Äh, ich habe von Stöcke hier gesehen. Ja, ich auch irgendwo. Also, Apo Blue hat generell keine Stöcke am Start. Oh, komm mal her, komm mal zu mir. Ja. Äh, wie klug wir an ich eigentlich sind. Ah, den habe ich. Das ist meiner, aus der letzten Aufnahme. Genau, machen wir mal kurz, schön rein, machen wir mal Dings und kannst du was zum reinlegen. Ne. Als ob du nichts hast, Alter. Ja, irgendwie mein... Okay, wir gehen da vorher auf die Jagd. Okay, alles klar. Ich würde gerne wissen, wie man sich einen Bogen craftet. Da, Reh. Weißt du zufällig, wie man sich einen Bogen craftet? So, äh, tut mir leid an die Naturfans. Wir haben jetzt diesen schönen... Äh, Reh, komm mal mit! Oh, mein Gott, Alter. Oh, ich habe Sinn. Gut. Ah, ich habe auch noch was gehabt. Ah, verdammt. Die Leiche wollte weg und... Okay, warte, ich habe geguckt, wie man sich einen Dings craftet, einen Bogen. Und zwar mit ein... Ich brauche jetzt mal einen Rope. Wie das geht, wissen wir ja. Ja, äh, der... Wir kleinen Reh, Kollegen. Guck mal, zack. Kopf, opa. Zack, da haben wir einen Rope. Jetzt legen wir ein Stück Kleidung dazu. Oh. Äh, und einen Stick. So, gut, ähm... Der fehlt natürlich. Ich brauche mal einen Stick. Zack, zack. Willst du auch was zum Essen, Kollegechen? Äh, kannst du mir hinlegen, ja. Das... Ah, 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 also eins reicht. Hab ich dir, ja, hab ich dir. Natürlich eins reicht. Danke, danke, danke. Für mich brauche ich natürlich noch neun rein. Gibt's ja gar nicht. Boah, du musst mehr essen. Äh, okay. Okay, ich habe jetzt einen Bogen. Sauber. Du musst mir nur richtig gucken, wie süß da ist. Wie süß die einfach sind. Jetzt guck ich mal ganz kurz. Wenn ich, wenn ich keinen Hunger mehr, aber sie ist echt süß. So, ganz kurz mal warten. Kann ich ja erst schon? Boah, schon mal. Okay, hier ist jetzt der Bogen. Und ein Stick und fünf Federn. Da mache ich, äh... Oh, mein Mangel ist ja schon übertrieben voll. Kann ich jetzt gleich Rüstung anziehen? Ich kann, kann... Ich kann keine Rüstung anziehen. Also eigentlich muss dieses Gelbe hier. Fülle mich das hier sehr an, wie sie hier. Oh, Gelbe. Gut. Habe ich schon ein Gelb empfohlen? Was ist das hier? Ach so, oh, mit der Reh kann man noch einmal eine Rüstung haben, oder was? Zweifach Rüstung. Ich habe keine Ahnung, ich werde jetzt versuchen, eins zu schießen. Ach, okay, guck mal. Ich habe... Was? Ich habe gerade entdeckt, ne? Wenn du diese Art tötest und dieses, äh, diese Armorteil da anwendest, ist es dann für deine Hand, ne? Oder wenn du eine Reh tötest und das Teil da benutzt, ist es für deine Beine. Guck mal, da unten. Okay. Also kriegst du ein bisschen mehr Rüstung. Hält die Beine warm auf jeden Fall. Naja, ich schütze auch vor allem anderen. Das ist gut. Gut, willst du nicht was essen hier, Kollege? Ich habe gerade ein Reh erlegt mit meinem Pfeil und Bogen. Und die Pfeile kann man sich auch wieder gönnen, das ist sehr cool. Gut, mal, mal zack, zack, zack. Hast du einen Pfeil? Hast du gemacht jetzt? Pfeil und Bogen, ja. Gut. So. Spinne, jetzt stirb. Okay, fehl. Lass uns doch mal weiter hier rumspazieren auf diese Welt. In the forest. In the forest. Äh, wir werden abschließen. Motherfucker, komm mit mir. Komm mit mir. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, ich lasse den mal ausgerüstet. Vielleicht können wir den verwenden. Ich habe übrigens auch gelesen, dass in dem Update der, äh, das mit dem Bogen ein bisschen verbessert wurde, also das Aiming und so. Oh, total gut geaimt, Kava. Total gut geaimt. Ich habe den da getroffen. Guck mal, wie du... Ah, der war nicht so gut. Ja, da hat er verkackt. Da hat er verkackt. Oh. Ähm. Lass uns mal, ähm, wieder zurück zu unseren, unseren Baumhäusern und dann von dort aus müssen wir mal auf Erkundungsjagd gehen. Wir sind doch auf Erkundungstour schon. Ja, ja, das ist das, ja. So sind wir hier gelandet, aber, ähm, gehen wir mal kurz mal rüber. Warte ganz kurz, ich muss den noch erlegen. Gut, machen wir mal das mal weg hier. Da hätten wir den auch erlegt. Schön. Gut, bringt nichts. Ziemme mal weiter. Äh, weiter, 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 weiter. Ich müsste mir übrigens... Immer was trinken, wenn man schon was gefunden hat. Aber ich dachte, man kann hier trinken. Hallo? Hallo? Gut, ähm, lass uns mal ein bisschen, äh, um unseren, um unseren Baumhaus da ein bisschen Mauer bauen, damit wir gut geschützt sind später, gegen welche Eindringlinge. Ja, ey, ich hab das Rehfell an meiner Hand, nicht an meinem Bein. Lol. Wie meinst du? Äh, du meintest, du hast das Fell auf deinen Beinen, ich hab's auf meiner Hand. Hm, ich hab's auf meinem Bein. Ach, da hinten bist du. Ja. So, komm mal ran. Ja, ich komm schon. Hab ich noch einen Boost oder so, zum Trinken? Lowest Energy. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Ich hab noch einen Arm hier frei. Hier, kann weichern, ja? Ist besser als, ist besser als keinen frei zu haben, würde ich sagen. So, hier, ich hab noch einen Arm frei. Hier, hallo? Hallo? Oh, ne, ich brauch keinen mehr. Ich hab zwei. So, dürft ihr mal hier klatschen damit, ja? Komm her. Ne, 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 lass mal, lass mal, lass mal. Brauch ich jetzt nicht. So. Das ist auf jeden Fall mein neues Kampfgerät hier. The Forest, ein Kampf ums Überleben. Oh. Haha, das hab ich gesagt. Das war, hat, das, äh, ist total Spaß, in den Druck zu schauen. Also, ich esse zu viele Fliegenpilze, glaube ich. Oh. Ah, kennen wir, glaube ich. Ähm, ja, lass uns mit der runtergehen schnell. Ja, bevor wir noch, äh, ja, genau. Es regnet, genau. Was, was auch sonst? Wie anders sollte The Forest sein? Haben wir übrigens gesagt, dass wir aktiviert haben, dass die Bäume nachwachsen. Hast du's gehört? Hast du's gehört? Was denn? Hast du schon gehört, dass die Bäume nachwachsen? Das ist jetzt ganz neu. Hast du diese andere Sachen gehört, die im Hintergrund schimmeln? Dieses, äh, äh. Hm, ne. Ne? Weißt du das nicht? Ne, ne, ich war zu sehr beschäftigt, dass die Bäume nachwachsen. Das feier ich hart. Also, da schreien schon einige, äh, kleine Küchen. Alter, es ist voll am, es ist voll am Regnen, voll laut. Ja, unser Nachbarn, ne, wie ihr wisst schon, unsere Nachbarn sind ein bisschen lauter. Ja, ist das Nachbardorf. Haben wir schon festgestellt. Haben wir schon festgestellt. Das Nachbardorf halt, ne? Ja, stimmt. So. So, wir sollten, ich hab einfach keine Energie, obwohl ich meinen Magen voll ist, das dauert voll lange. Ich sollte vielleicht mal normal Axt nehmen, vielleicht ist es viel beweglicher. Hm, wahrscheinlich. Äh, um das Thema nochmal aufzugreifen. Äh, die Bäume wachsen ja, wie gesagt, nach. Und ich hab ja vor einigen Folgen irgendwie gemeint, äh, gesagt, dass das irgendwie mit einer Mod geht oder so. Da hab ich mich wohl vertan, das geht wohl irgendwie mit einer Tasten, ging damals wohl irgendwie mit einer Tastenkombi im Hauptmenü. Äh, das ist jetzt nicht mehr so, das kannst du jetzt direkt im Menü machen. Der Felsen sieht aus wie ein Gesicht. Auch schön. Ich bin einfach ein, ich bin einfach ein Tierfeind, ganz ehrlich, äh, ich töte einfach alles, was in meinen so Fingern kommt. Ja, mach das mal. Essen nehme ich auch mit, natürlich von diesem Lizard auf dem Boden. Steine, überall Steine. Äh. Äh, und jedenfalls, ja, ist das halt so und das finde ich ganz cool. Das ist halt so, dass die alle paar Tage mal nachwachsen, sofern man die Stummen nicht entfernt. Genau. Und das ist, ist halt irgendwie sinnvoll. Oh, ein Regenbogen. Ist halt irgendwie sinnvoll, weil, äh. Äh, Cover hinter uns, äh, die rennen zu dir, Coverhack. Ja, hier. Ach, macht nix. Der kommt zu dir. Ich kümmere mich um die alte Rolle hier. Ich sehe gar keinen. Hier ist es bei mir. Also bei mir nicht. Oh, oh mein Gott, er macht seine Art Jiki-Chan-Moves rausgehauen. Hopp, hopp, ja. So, das heißt, hier müssen quasi... Wenn er Jiki-Chan ist, dann bin ich wohl Bruce Lee. So, hau weg. Hier müsste alles nachwachsen. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, er hat alles überstanden. Das ist ein etwas stärkeres hier. So, und hier will ich nicht, dass er nachwächst. Oh, voll der Wind. Äh, und deswegen entferne ich dich. So. Wie geht das überhaupt? Ich habe das noch nie gemacht. Der Typ überlebt einfach. Ich brauche einen... Ich muss mit einer Steinax hier rauf auf den Wichser. Oh, shit. Da hat er auf jeden Fall den Jugendauftrag erfüllt. Oh. Also, äh, ich muss mal sagen, Cover, ich habe gerade gegen jemanden gekämpft mit einer normalen Axt und es hat ziemlich lange gedauert. Der war absolut sehr stark. Oder die Axt war zu schwach. Oder die Axt war zu schwach. Das kann auch sein. Aber man merkt, Tag für Tag, äh, die Gegner werden stärker. Ist das so? Ja, ich, also ich habe das hier gerade gespürt, dass die Gegner etwas stärker wurden. Okay. Das ist cool. So. Oh. Wissen wir jetzt, wie man das hier einpflanzt? Immer noch nicht, ne? Das wissen wir immer... Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es... Ich konnte mit C irgendwas pflanzen. Ich hatte wohl irgendwie einen Setzling. Siehst du dieses, dieses komische Teil da? Das sieht aus wie so ein Kackhaufen. Oh, ich habe es... Nein, ich habe die... Ich habe Aluvera aufgegessen. Nein. Ich wollte... Nein. Habe ich das übrigens richtig aufgefasst, dass das hier hinten mein Haus ist und das da hinten deins? Also, ich glaube, dass, äh, da gab es Kommunikationsprobleme. Was meinst du denn? Meinst du das, dass das da hinten? Das, das... Ich könnte das übernehmen hier, wenn du magst. Ja, ja, genau. Ich übernehme dir den hier. Alles klar. Dann kann jeder halt so dekorieren, wie er will, weiß. Genau. Genau. Es ist aber erst mal so ein Häuschen. Ich glaube, ich werde, äh, auf die andere Seite später mal oben schwimmen oder sowas. Mhm. Oder wir machen da ein Brückchen. Eine Brücke. Ja, kann man alles machen. Ich muss eben ganz kurz meinen... Da kann man eine Brücke machen, damit man halt irgendwie viel schneller hier durchkommt. Obwohl hier sind viele Steine. Eigentlich ist es unnötig. Mein inoffizielles Baumlager muss ich hier mal fertigstellen. Eigentlich ist es unnötig. Gut, ähm... Schauen wir uns mal die Bauliste mal an. Ich würde auch gerne mal auf, äh, Höhlenerkundungen gehen demnächst. Ja, können wir auch machen. Die sollten uns mal vorbereiten. Aber wir können ja alles ganz chillig angehen. So, machen wir mal weg. Mal gucken wir mal B. Was kann man so alles schönes bauen? Das ist Feuer. Shelter haben wir ja schon. Ähm... Boot und Wette, was? Also für... Für Hasen, kleines Gärtnchen, Wasser-Collector. Okay, okay. Wie kann ich denn jetzt hier immer ein Sticky-Lager, die Sticks lagern? Alles cool. Weißt du das? Stickies lagern? Ähm... Mit... Mit ein paar Stickies. Das kannst du einfach da reinstellen. Ich hab welche, aber das geht irgendwie nicht. Ähm... Mit C oder sowas kannst du da machen. Äh, da zeig ich mir ja irgendwie gar nichts an. Ich stehe da vor und den juckt das einfach nicht. Wahrscheinlich ist das vielleicht das Falsche. Ich weiß es nicht ganz. Ist das ein Stick-Holder oder ist das ein... Vielleicht ist das sogar ein Rock-Holder. Das wollte ich ja erst. Das weißt du doch. Das ging ja letztes Mal nicht. Mhm. Das war problematisch. Lock-Slate? Okay, das wollte ich jetzt nicht. So, Wasser-Collector. Bitte. Warte mal, warte mal, warte mal. Machen wir erst mal unser Custom-Building. Machen wir erst mal Custom-Building. Schau mal ganz kurz hier. So. Das ist etwas schwieriger als Minecraft hier irgendwelche geraden Mauer zu ziehen. Aber. So, machen wir mal hier. Zack. Ne, das ist ein Stick-Holder. Das ist ein Lock-Holder. Ja, das müsste ein Lock-Holder sein. Gut, hier geht das natürlich nicht weiter. Machen wir, zack, einer. Das ist einer. Ja, machen wir mal so. Na, 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 na. Komm mal so ein bisschen gerade so weiter. So, tatatata. Alter, ich richte die Taste nicht. Schauen wir mal. So, das sieht gerade aus. Zack, und dann machen wir mal nach rechts. Ja, auf welcher Taste war nochmal das Buch? Ah, nee, hä? So ungefähr. Machen wir mal so. Auf welcher Taste war das Buch? Das Buch war B. B, ich bin immer auf C immer. Ah, siehst du? So, machen wir mal. Das ist ein Stick-Holder. Und E. So. Den bau ich mal so dahin. So, man kann hier auch noch ein Türchen so machen. Schaut mal, wenn man R. Machen wir den mal daneben hier. Und das ist ein Fenster geworden hier. Ach, das ist jetzt ein Tür geworden. Ah, cool. So. Dann machen wir mal hier. Fensterchen, zwei Stückchen so. Hier hin und hier. Und dann gehen wir mal hier durch. Man kann ja da nicht noch durchgehen, weil das noch nicht gebaut ist. Ich hacke am besten schon mal ein paar Bäume hier ab. Damit wir später auch sehen können, dass die wirklich nachwachsen. So, dann machen wir noch eine zweite Tür. Weil man braucht immer so ein zweites Türchen. Geheimtücher so raus von hinten. Wenn wir Fenster so machen, dann machen wir hier. Zack und zack und zack. Und noch ein Fensterchen. Ich weiß nicht, ob die Fenster das alles ein bisschen schwächer machen. Oh, Baum fällt. Aber. Eps. So. Gut. So, das wirst du jetzt eigentlich. Wir müssen ein paar Bälle noch abhacken für diese schöne Abgrenzung für unser Lagerchen. So. Wir müssen abhacken. Ich glaube besser, wenn ich mit einem normalen Access mache. Also irgendwas ist hier total verbuggt. Das ist eigentlich ein Lockholder, habe ich jetzt festgestellt. Aber ich kann keine Locks da reinpacken. Das ist total verbuggt. So, gib mir das mal her. Pack mal auf den Boden. So. Das ist der Stickholder. Das ist kein Lockholder. Achso. Gut, ich habe ihn jetzt gerade gebaut. E und C. Warum geht das? Ach, mit C. Das wirst mir auch jemand sagen. Gut. Da stehe ich jetzt bei mir. Also du bist bei mir auf jeden Fall angezeigt. Wenn ich dir direkt vorne bin. Was willst du hier? Zack. Bei dir wird auch irgendwie mehr angezeigt als bei mir. Ich habe mal bei dir in der Aufnahme geguckt. Da wird zum Beispiel, da bekommst du so eine Benachrichtigung, wenn du durstig bist. Also mitten ins Fenster rein. Gut, ich habe kurz mal deine Anzeige dinge geklaut. Und bei mir kommt diese Anzeige irgendwie überhaupt nicht. Okay, warum das denn? Ich weiß nicht. Ich habe die verbackte Version vom Forest gekauft. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Gab es halt günstiger. Das ist jetzt ein Türchen, ne? Ich hoffe, dass es ein Türchen wird. Wir haben ja noch hier irgendwo ein Feuerchen, ne? Ja, ich muss gleich auch was essen. So, was ist irgendwie hier? So ein Lagersystem will ich mir immer noch bauen. Ja, später. Also wir fangen jetzt so ein bisschen an. Und nach und nach. Also die Story ist auch wichtig. Man muss letztendlich unseren Söhnchen, Sohnemann finden. Und die anderen kann man ja auch finden, die Passagiere. Ja, guck mal an, weiß ich gar nicht. Ich habe noch keinen gefunden bis jetzt. Ich vermute ja, dass sie vielleicht in den Höhlen oder so sind. Das ist möglicherweise richtig. Dann machen wir mal hier, ähm... Oh, was ist das denn? Ach, das steht gut, ja. Gut. Ich will hier mal... Hast du Essen drauf? Ich habe einen für mich. Ah, ich lege auch nochmal was drauf. So. Da ist ein Arm oder sowas, wenn ich C mache. Hast du, ich kann auch noch einen Arm hier hinlegen? Kann man einen Arm essen? Äh, was ist das? Arm essen? Ja. Du kannst eigentlich alles essen außer dem Kopf. Warte, ich mache mal C. Zack, da liegt ein Arm. So. Probier mal, ob es schmeckt. Ja, schauen wir mal. Ich esse erstmal mein Rehfleisch. Das schmeckt, glaube ich, am besten. Und ich habe mal ein bisschen Bäume hier weg. Ja, ja, ich feiere es nicht. Damit wir auch mal irgendwas in der Vorher gemacht haben und nicht nur rumgerannt sind. Ich möchte mal vorkommen hier, durchkommen. Zack, zack, zack. Also ich würde es echt feiern, wenn die Dinger wirklich, also wenn die echt wirklich nachwachsen, weil das ist irgendwie voll sinnvoll. Mayday, 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 Mayday. Channel One, Channel One. Was ist los? Äh, boah, boah, muss aufgefallen, aufgefallen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Gar kein Problem. Ich bin sofort da. Das A-Team, weißt? Ich habe gerade, ich glaube, ein Fehler begangen. Ein Vogel, Vogel, der tot ist aufgehoben, als Essen. Oh, apropos Essen, das müsste jetzt fertig sein. Ja, muss man aufpassen. Gut, gut, gut. Kann das überhaupt verbrennen? Das haben wir letztens schon gefragt. Was denn? Verbrennen? Es kann sein, ja. Es kann sein, ich glaube, das verbrennt sogar wirklich. Ja, dann komm mal her, dann müssen wir mal zusammen aufessen hier. Ich habe ja schon was gegessen, deswegen. Okay. Oh, schön, ist die Tür hier falsch rum auf, oder? Den lasse ich mal liegen, zum Test, ob das wirklich verbrennt. Sonst bin ich komplett full. So, dann hacken wir nochmal. Boah, im Schins. Schön, dass ich die Tür falsch rumgebastelt habe jetzt. Sauber, du hast es drauf. Also, Schloss ist jetzt draußen. Ja, 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 sauber. Da können die reinkommen und wir nicht mehr raus. Ist auf jeden Fall ein super Plan von dir. Also, mit R würde das mal drehen, okay? Die Nachbarn freuen sich auf jeden Fall. Kann ich das noch vielleicht ändern? Es wird eine super Party auf jeden Fall. Kann ich das noch ändern? Okay. Na, schade. Schade, das muss ich dann kurz hier abbauen. Alter, der Ast, der steht da erstmal wie eine Eins, quasi. Wohl. Egal. Machen wir mal danach. Uh, es ist langsam hier dunkel. Bäm. Bäm. Das ist so ein fetter Baum, der muss richtig Asche geben. Mhm, mhm. Oh, ich hole mal diesen Lizard hier auf den Boden. Äh, Merigold und so wächst auch automatisch nach, ne? Ist das so? Ich gehe mal vorne aus. Ich glaube, diese kleinen Büsche wachsen auch automatisch nach. Äh, ich bin einfach ein Freak von Lizards, habe ich das Gefühl, dass ich immer hinterher werde, bei den Dingern. Ähm. Ähm, ich glaube, ich habe gerade einen Busch beobachtet, wie er nachwächst. Ah. Ja, 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 ja. Ich bin halt Stalker. Hier ist ein Ali Göttchen. Ein Göttchen. Und dieses Ali Göttchen geht, äh, auf dein Haus zu. Der rennt hinter dir her. Ne. Der rennt hinter dir her. Oder? Ne, er ist doch ziemlich abgebogen, aber du hast ihn gesehen, oder? Ne, ich habe einen... Oh, 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 shit. Jetzt rennt er mir hinterher. Nein! Ist er? Ja, er ist hinter dir. Ja, renn! Ja, renn! Ich renne schon. Bleh. 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 Schnell hoch. Kein Druck auf Stress. Alter, ich schieße den von oben ab. Pass auf. Ali Göttchen. Warte mal. Ich hab mal. Lass den mal. Ich will den mit dem Bogen abschießen. Er hat mich angeguckt, aber er will entscheidend nichts von mir. Okay, gehen wir weiter. Nein, falscher Knopf. Ich gehe mal kurz, zack. Oh, mal springen. Alter, ich höre, wie er läuft, aber ich sehe ihn nicht. Er ist auch direkt unten. Was ist das denn so? Er ist auch direkt bei dir. So, lass mal schnell hier schlafen, bevor... Oh, wir können doch nicht schlafen. Warte, ich schieße ihn eben tot. Gut. Er kann den Pfeil auch was anhaben bei seiner dicken Haut. Äh, ich glaube schon. Also ich hab das Gefühl, dass es... Ja, er ist tot. Oh, ich hab mal gesehen, dass es so eine Speere. Hat er sich doch angegriffen, bevor er gestorben ist? Ne, ne, ich bin nur runtergefallen. Ach so. Ohne zu klettern. Äh, lass uns vielleicht mal doch mal schlafen, bevor hier gleich die Nachbarn klingen. Die klingen gerne mal nach. Ja, ja, ja. Äh, ja, ich geh eben hoch. So, ich schau mal mal. Ausblick im Dunkeln ist schon ein bisschen, also, äh, erschreckend, wenn wir mal so gucken. Man sieht gerade gar keine Gegner, aber jemand weiß, die werden kommen. Mhm, okay, ich lege mich hin. Warte mal, ich speichere mal eben ganz kurz. Ich wollte auch ein neues Speichersystem ausprobieren, und zwar werde ich jetzt immer alles so benutzen, damit wir auch auf alte Spielstände zurückgreifen können. Das ist immer gut, glaube ich, oder? Ist das nicht so? So, schläfst du schon? Da sind wir auch nach Datum sortiert, schön. Okay, ne, ich... Kannst du nicht, noch nicht hingelegen? Äh, tatsächlich nicht. Okay, bei mir auch nicht, noch nicht. Ist es noch zu hell? Ich weiß nicht, ob es noch zu hell ist. Ich geh mal, komm mal zu dir. Vielleicht muss man, darf man nicht so weit auseinander sein, aber das fände ich jetzt schwachsinnig. Das, oh, warum geh ich ja nicht runter, wenn ich was trinken will. Ich hab meine Water Collector. Ja, ich hab, ich... Ach stimmt, wir haben hier Water Collector. Ich komm, trink auch mal ein bisschen was hier. Hupp, ein bisschen Regenwasser. So, läuft. Dann komm mal hoch. Dann mal hochklettern. Ah, zack, zack, zack. Kann man mir nicht vorstellen, dass das da... Wobei, ich weiß nicht. Nee, gerade kann man anscheinend nicht schlafen. Der Forest ist mal wieder verbuggt. Gut. Na dann brauchen wir gar nicht mehr zu schlafen. Warte mal, das war bei dir testen. Bei mir ging's auch nicht. Brauchst du gar nicht zu testen. Na, aber vielleicht ist er jetzt spät genug. Egal, wir hauen jetzt ein paar schöne Bäume hier ab. Eigentlich ist die Folge schon zu Ende. Ah, ist das so? Und ich komm einfach mal nebenbei so ab. Und dann kannst du dir schon mal, ja, tschüss sagen. Tatsache, es geht nicht. Unglaublich. Ja, dann wird das halt jetzt Forest. Nur ein bisschen wie eine Challenge. Ja. Wir werden nur sterben. Forrest, schlaflose Nächte erwarten uns. Ja, genau. Neue Staffel. Genau, schlaflose Nächte. Genau, okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute ein bisschen was erfahren. Wir haben neue Dinge, die auf uns warten. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das ein cooles Projekt wird. Ich kann es doch nochmal wieder betonen. Ja, stimmt. Ja, und ansonsten würde ich sagen... Und nachdem ich dieses Geräusch gehört habe, möchte ich sagen, ich verpisse mich wieder zurück in mein Lagerchen. Gut, und wir verpissen uns jetzt auch hier aus der Folge. Und ja, ansonsten bin ich dann raus. Ich gebe dir das Schlusswort und verabschiede mich. Ciao. Jupp, ich... See you later, Alligator. Ach, schön. Schönes Ende. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.